Hallihallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge World of Tanks. Und ich habe mal wieder den KV2 ausgepackt. Viele von euch wissen ja, dass ich nicht unbedingt so gerne HE-Gans fahre. Aber der KV2 ist doch ab und zu ein bisschen lustig. Und wir waren hier im Platon unterwegs, haben uns dann entschieden, okay, wir gucken mal, wo die alle hinfahren und dachten dann, okay, fahren wir mal nach rechts. Allerdings, ja, habe ich dann schon relativ früh gemerkt, Schlachtergasse, das ist die Achterlinie, hallo, da ist ja niemand. Und dann dachte ich mir, okay, da sollte ich vielleicht dann doch ein bisschen aushelfen, auch wenn der T29 schon eine harte Nuss ist. Aber ich bin dann umgedreht und habe gesagt, ey, Scheilen, wir sollten vielleicht hier die Schlachtergasse auf der Achterlinie ein bisschen bearbeiten. Und ja, hier gucke ich noch ein bisschen dumm durch die Gegend, aber ja, wir setzen uns dann in diese Richtung in Bewegung. Also ihr seht schon, der Turm dreht fast gar nicht. Also das ist so langsam, dass es fast nicht sichtbar ist. Und das ist, obwohl er nicht kaputt ist, das ist alles in Ordnung, alles intakt. Aber naja. Ich hätte vielleicht auch noch eine Taste vordrücken müssen, dann wäre er vielleicht ein bisschen schneller gedreht. Ja, dann gucken wir mal. Ich bringe mich erstmal in Position hier, weil sonst dauert es ja ewig, bis wir da sind. Unser AT8 ist gleich schon Geschichte. Der kriegt schon Ziemliches auf, die Hucke. Und hier haben wir den KV-13 und vielleicht können wir den sogar hier zwischendurch beschießen. Wäre nicht schlecht, wenn wir das könnten. Da ist er auch schon. Und wir rumsen ihm ganze 13 Schaden rein. What? Was zum Teufel? In die Seite vom KV-13, 13 Schaden mit der HE-GUN. Ich habe gedacht, nö, ne? Ich weiß schon, warum ich den Scheiß nicht spiele, normalerweise. Aber gut. Ich probiere es gerne noch einmal. Nur um zu gucken, ob es jetzt was wird. Der guckt hier auch schon und denkt sich, hm, ja, dem können wir bestimmt noch eine mitgeben, wenn er nochmal rausguckt. Und, äh, ja. Da kam er aber nicht mehr zurück. Fand ich dann auch nicht nett. Kommt der einfach nicht zurück, um sich noch ein Geschenk abzuholen? Aber da war er dann so nett. Und ich dachte, ja. Was? 416? Warum denn jetzt auf einmal 416? Aber gut. Ich nehme es gerne. Also somit wäre er mit seinen 389 jetzt One-Shot, wenn ich ihn nochmal treffe. Scheilen steht ja auch noch hier. Hat ihm eine mitgegeben. Und, äh, ja. Ja, wir laden relativ lange nach. Ich habe mir dann aber schon gedacht, okay, wenn der jetzt rumkommt, um Scheilen hier eine reinzuwürgen, dann gucke ich, dass ich den rausnehmen kann. Allerdings kam er dann doch nicht. Ich glaube, er hat sich nicht getraut. Und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wo ist denn der gegnerische T29? Der war hier noch nirgends offen. Und wir haben uns echt gefragt, äh, wo der, wo der ist. Da hat er gedacht, okay, jetzt gucken wir. Und gucken kostet. Und zwar das Leben. Meistens. Da war er auch schon hin. Der T150 da oben hat jetzt auf Scheilen geschossen gehabt. Und ich wollte den eigentlich anvisieren, aber ich kriege meine Kanone nicht hoch. Der kassiert aber schon ganz schön. Und, äh, dann haben wir uns entschieden, okay, dann gucken wir mal, ob wir durch die Mitte fahren und den KV-2 da irgendwie bearbeiten können. Oder die Su-122. Und er dreht wirklich ultra langsam. Wir machen nochmal ein bisschen Speed drauf. Also ich fahre A, nicht gerne AE-Kanonen. Hier habe ich versucht zu snappen, aber nein. Natürlich, das kann man gar nicht machen mit der Kanone. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf kam, das überhaupt zu probieren. Aber, äh, ja. Er ist relativ langsam. Dann ist die HI-Gun sehr ungenau. Es dauert ewig, bis sie nachlädt. Und, ja, es entspricht einfach nicht so unbedingt meinem Spielstil. Aber so ab und zu kann man auch mal solche Panzer fahren, die jetzt nicht so unbedingt 100% mit mir harmonieren, sage ich jetzt mal. Hier habe ich mir gedacht, okay, zuerst die Su. Oder doch den KV-2. Weil mein anderes Zugmitglied da hinten in Bedrängnis war, habe ich mir gedacht, okay, zuerst den KV-2 raus. Und ich bin gerast. Ihr seht es. Ich rase über den Rasen und gebe mein Bestes, um ihn hier rauszunehmen. Aber, leider, ist unsere Hellcat verstorben. Die IS-2 hat auf ihn geschossen und ich habe mir gedacht, okay, lecker. Von hinten. Und weg war er. Und, oh mein Gott, der T29 ist aufgewacht. Da habe ich jetzt dann schon so ein bisschen ein Problem drin gesehen. Aber, wenn er spät aufwacht, vielleicht ist er noch im Halbschlaf und wir kriegen ihn trotzdem hin. Ich habe gleich nachgeladen, habe mir gedacht, okay, anvisieren, anvisieren. Schneller. Schneller. Viel schneller. Und, jawohl, weg war er. Er war wirklich noch im Halbschlaf. Und, äh, das Gefecht ist allerdings noch relativ ausgeglichen mit 10 zu 10. Ich, ähm, war noch nicht so übermütig, aber die Sue hat sich da so schön hintrapiert und ist leider gleich wieder verschwunden. Aber ich habe mir gedacht, okay, vielleicht guckt sie noch mal irgendwo. Ich bleibe mal hier. Vielleicht kann man die dazwischendurch irgendwo beschießen. Aber nein, es war leider nicht möglich. Äh, unser Scout stand jetzt hier so, dass sie dachte, okay, den hole ich mir. Aber mein Schuss hat getroffen und es ist nur noch die Arti übrig und von der kriegen wir leider nichts mehr ab. Da ist ja auch schon Geschichte. Ich fand's, äh, cool, mal so eine Runde zu haben. 1.583 Schaden habe ich gemacht mit dem Teil. Ist gar nicht übel. 4 Kills und war eine spaßige Runde. Und, ja, man kann ihn auspacken, würde ich sagen. Und, ähm, ja, dann gucken wir uns den Hübschen noch mal von vorne an. So, sehr hübsches Teil. Naja, okay, es gibt Hübschere. Aber, ja, rollende Festung. Man kann es lassen. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.